ja okay ich würde auf die map so noch mehr kusch zum einsammeln richtung zwei typen noch zwei dann ich komme gar nicht dazu den überhaupt um abzugeben ich bin voll ich bin immer nicht voll mit diesem auto gehen jetzt müsste ich jetzt habe ich voll weil ich konnte nur eine haut mitnehmen oben drauf steht da noch zu den hier sind wieder ein paar so wo ist er muss nachladen haha faust wacht mal die dicht die nächste kriegt der mit dem Baseballschläger ab. Oh, da kommt schon einer dafür. Zwei Stück. Das ist recht gestorben. Wie viel muss ich denn damit töten? Also hier an der Ecke, da tauchen öfter welche auf. Ich muss gerade mal gucken mit dem Schläger. Fünf Stück, noch vier. So, wir wollen aber drüber. Oh, da unten. Ne, sind Freunde. Erstmal Schläger werfen, zählt, glaubt nicht. Das hab ich schon mal probiert. Es tut mir leid, was mit deinem Zuhause passiert ist. Weißt du, was mit meinem Zuhause passiert? Ich fahre nicht auf dieser fremden Höhe. Oder war der Zug und... Wie siehst du schon wieder aus? Alles klar. Okay. Da liegt der Affen. Ja gut, passt auch hier zum Setting. Also, ja. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Da kommt ein Beute-Fahrzeug. Schieß mal die Reifen kaputt, vielleicht kommen sie dann runter. Ja. Der Wagen fliegt jetzt gleich näher drauf. Echt? Oh, Level 1. Moment, Moment, Moment. Yeah. Level 1. Meine liebsten Gegner. Nichts mehr über von der Beute. Oh, 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 du Pussy. Hey, warum? Oh, nein. Der Arme Händler. Was? Ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich lieg schon wieder. Keine Ahnung. Warum? Flammen, überall ist voll mit Flammen. Warum ich den Moment so viel auf die Fresse kriege? Weil du mal rein rennst. Und im Feuer steht. Der Typ hat mich gegrillt. Der Typ hat mich umhauen lassen. Warum? Den Flammen-Typen da hinten von mir aus. Na, komm, wir können auch nie verlassen. An den komm ich ja nicht ran, aber ich muss ja lauter... Wieso muss ich denn jetzt noch? Eine, nur noch ein Mittag mit der Waffe, dann hab ich's. Na gut, ich versuch das mal. Lass das mal. Hab ihn. Hat geklappt. Sauber. Jetzt dieses Maschinengewehr. So, sammeln wir mal erstmal hier das Zeug jetzt ein. Meine Fresse geht's hier ab. Hier liegt das schon das erste. Überlebende Tagebuch. So schlimm der Kopf noch gewesen sein mag. Die Sonnenuntergänge in Hope Country sind immer noch der Oberhammer. Wenn ich mal Brause machen will, lass ich mich einfach auf den alten Stierkopf plumpsen und mach Mucke an. Eine unfassbare Aussicht von nach oben. Man sieht vielleicht auch den ganzen Country, aber schon den größten Teil. Es ist nicht alles furchtbar. Es gibt auf jeden Fall schon schlimmere Zeiten. Äh, gib mir das Werkzeug. Gib mir den Schrott. Ja, die Herausforderungsaufnahme hier, ne? Es ist eine Herausforderung, nicht abzuschalten. Ah, da oben. Ich hab hier in dem Bus, in dem Schulbus. Okay, hier oben auf dem Dach liegt auch noch einer. So, Schulbus. Ah, okay. Ja, genau da. Aua. Drei von drei, wir haben's. So, ich könnte mir mal kurz wieder... Füllen Sie den Gegner? Oh, nein, doch nicht. So. Falscher Knopf. Herausforderung, wie viele muss ich jetzt mit diesem Maschinengewehr umbringen? Fünf Stück, das geht ja auch noch. So, nächster Punkt. Ah, das ist ein Händler. Schrauben wir uns mal den Ladenbesitzer dort. Das machen wir mal kurz die Bison-Fälle, dann alles loswerden. Alter, du, dein Superm... Nein, verdammt. Da renn' ich auf Bergen rum, da kann man dir auch helfen. So, alles tauschen. Munition vielleicht? Das ist schon wieder einer mit dem Raketen-Waffe aus. Viel Spaß. Wir sind Götter. Ja, da wollen wir gar nicht hin. Wolltest du nicht welche töten? Jupp. Aber erst dann außen. Okay, ich komm. Du bist direkt hier vorne. Hab ihn. Dankeschön. Ich bin vor dem Expediten, das Zeug. Auto? Und da sind Freunde, wie... Uncool. War eben noch einer mehr. Ja, komm, wir gehen zum Außenposten dann. Ja. Mach mal den und dann... Was denn? Nega. Ja, ich hätte gerne jetzt für den Außenposten noch die Pistole getauscht, aber... Das brauche ich ja wahrscheinlich eh nicht. Nö. Stufe 1 Außenposten da. Ja. Guck mal, mal kurz ein paar Kills. Ja. Und ein Flammenwerfer. Stopp. Juhu. Flammenwerfer, Typ ist weg. Oh, ein Bär. Okay, solange man den Typ da lässt, ist mir den Bär egal. Der Bär ist so. Okay. Da, danach. Aua. Ah, jetzt kommt. Sehr gut. Ich höre noch mal ein Bär. Ja. Er ist tot. So. MP für Anfänger. Hat nicht gezählt. Hä? Da bist du doch eine MP, was ich da drin hab. Warte mal, was hast du denn da? Das ist ein Sturmgewehr. Falsche Waffe. Ja. Okay. Dann hab ich jetzt grad nichts mehr damit, der mich töten kann. Dann holen wir uns den Außenbosten, dass ich die Waffen wechseln kann. Ja. Ich dachte, das sieht auch noch als... Ah, ja. Maschinenpistole, ne? Ne, ist ein MP. LG ist ein... Ach, egal. Genau, das ist so was Kleineres. Es gibt auch eine etwas größere Maschinenpistole noch, aber das... Ja, ich guck mal, da krieg ich ja diese MP 50. Duft ja als... Ähm... ...die man dann doch mit rumschleppen kann. Hab gehört, du hättest viel Gutes für uns getan. Jo, immer. Wo? Warum? Oh, das ist hier oben im Baum. Ich hab nur den Pfeil über meinem Kopf gehört und... ...war etwas irritiert. Wer? Oh, der Beifahrer hat überlebt, den hab ich gar nicht gesehen. Wie lustig. Oh, ah, wie schön hier. Wie meine, ich glaube, irgendwelche Fische? Ich überlege gerade, ob wir links auf den Berg hochgehen. Tigerfisch, Tigerfisch hatten wir, glaub ich, schon. Boah, sind die riesig. Naja, schwimmt was. Ja, Tigerfisch hab ich grad eben gesehen, so ein Riesendinger. Nee, hier auf dem Wasser. Beute. Vorsicht, der Fisch! Ja. Warst du? Oder hast du die Beute jetzt gekriegt? Beides. Also Beute und... Fisch ist tot. Nochmal eine da hinten mal grad. Die Beute hab ich gar nicht gesehen. Wie so ein gelber Beutel auf dem Wasser. Oh, Oberfläche. Alles egal, wo muss ich geh jetzt? Oh, schade. Hallo, ich geh mal im Land. Oh, mein Gott. Mh, 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 mh. Hm, mh, mh. Hm, mh, mh. ich glaube es kommt von links dann also eigentlich wäre rechts oben diese Hütte da ganz gut wenn wir uns da zuerst durchschlagen ich wollte gucken ob man die irgendwie an den vielleicht schaut mal von rechts oben dann die ich geh links du gehst rechts ja ok und sobald jemand den Dinger sieht zum deaktivieren dann ja, sieh Bescheid ja, naja oh, auf einen komme ich hin den auf dem Dach würde ich schaffen ding, quer, da würde ich jetzt was auf dem Dach steht aber ich kann das Ding nicht sehen es ist nur an einer anderen Seite ja, ist ja Stufe 1 oh, okay, gut da kommt gerade immer noch nicht zu will halt noch niemanden wirklich ausschalten solange ich nicht naja, da sind Pelsen ja, einen habe ich gerade ausgeschaltet und auch so ein Türmchen die Angel die könnte ich auch rausschalten ich weiß halt nicht, ob es jemand sieht ich lasse die mal angeln ich könnte die von hier wissen, was er gefallen ja, ich wollte halt nicht, dass hier mit alles das sieht, das war alles so, ich bin jetzt auf der Seite da ist der Turm oh, scheiße, da ist ein Dach im Weg doch, ich sehe den Turm ich warte Turm ist deaktiviert dann halt jetzt Abstand so, dass du dich was hast du gemacht? einen erschossen, der es überlebt hat oh, wie wäre jetzt muss der eigentlich nur noch sterben und dann haben wir gewonnen dürfte nicht entdeckt worden oh, krass der hat aber nichts mitbekommen und das Einhorn retten die Welt ohne Deck die Köpfe sind das Beste hier ne je, sehr gut oh das ist ja mal übel hier du schießt voll drauf hier du schießt voll drauf hier du schießt voll drauf, lass das viel Glück dabei Ihnen das hier bringen um zu Ende so dann gucke ich mal nehme ich erstmal die Waffe mit was brauche ich also Nachkampfabenteur dann zwei MP1 und LMG auf eins okay also Nachkampf könnte ich da auch wieder eine mitnehmen kann ich da rechte die Schleuder bringt die was auf Stufe da kommt immer nicht die Schleuder die Schleuder ja die ist gut also wenn nun da kommt aber es später dann hast du ein Instacle ich brauche eine Nahkampfwaffe Stufe 3 okay dann wo ist denn hier so also erstmal Nahkampfwaffe Stufe 3 mache ich mir mal eine hier ist so eine kleine uh mit die sind beide gleich stark ob da jetzt Nägel drin sind oder nicht oder was ja kann sein dann nehme ich die kleine so dann brauche ich ein kleines Maschinengewehr diesmal wirklich naja die MP5 nehme ich äh hier bitte so ich glaube dann brauche ich das fette Maschinengewehr habe ich gesagt so brauche ich dann jetzt habe ich nur was für eine kleine habe ich eine MP5 oder sowas was ich brauche scharfschützen ach scharfschützengewehr brauche ich auch noch Flammenwerfer für Anfänger Gott scharfschützengewehr Schattenwerfer Raketenwerfer Sturmgewehr Experte Schrubbwinden ich bin ja nicht nur eine MP-Meister okay ich brauche keine Pistole mehr oh zwei Außenposten nach Stufe 2 und dann kriege ich zwei Vorteilspunkte okay Pistole brauche ich keine mehr da kannst du mir also ruhig wieder eine geben wenn du willst wie es aussieht habe ich ja eine voll in den Pistolen kann ich nicht kann ich dann eine Maschinenpistole reinpacken in den Pistolen Slot nein ähm Maschinenpistole oder ne ne schade dann irgendeine Pistole mit Schalldämpfer ne starke bei äh den Elite Pistolen da ist ja die die Faustwaffe die A99 weiß nur nicht ob die die zählt als Faustwaffe ist keine Maschinenpistole obwohl es eigentlich eine Maschinenpistole ist ähm äh was wolltest du jetzt dann haben einfach ne Pistole mit Schalldämpfer einfach zur Pistole mit Schalldämpfer ja hab ich den jetzt ausgerüstet ja weil ich kann halt nichts anderes in diesen Pistolen Slot reinpacken deswegen musst du mal gucken wo wir die tauschen können ja nimm ne wenn du sitzt da ich doch ne ja ich brauche wir brauchen ja eine Pistole die ich tauschen kann ähm ja hier in der kleinen Hütte Lies Lager da ist Tresor und ein paar andere Sachen äh oh da ist ein Zettel wenn du rein willst die Schüssel ist bei der Ethanolmaschine hab ich den Krackpratzen von Bauern abgenommen die er abgehört haben und musst du erst mal Blut runterkriegen äh okay wo geht's hier rein vorne ist eine Tür direkt neben dem Zettel ach so das ist schon offen ah ok ich dachte die wäre noch abgeschlossen ich bin doof also die Pistole kommen wir auch später umtauschen das eilt jetzt gar nicht ja ich habe jetzt genug aber das ist dann ne Elite Pistole ja das macht nix ich brauche keine Pistolen mehr ich habe alle sowieso aussieht ach so deswegen ist bloß ne reine Waffenslot dass ich ein bisschen was machen kann notfalls zettel hier drüben hier drüben in dem Haus mit dem mit der Solarpanel oben drauf da ist ein Zettel noch drin hier in dem großen Haus ist auch noch ein Zettel drüben moment 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 da oben da oben in dem ja und in dem anderen hier am Wasser da ich wollte oben oder was auf dem Bügel hier ist noch ein Safe ich mach dir mal auf also hier oben direkt über dir ja wo war jetzt der andere Zettel die einen habe ich jetzt hier gelesen und einen da drüben oder was da oben und hier hier unten nennebe ach da okay dann würde ich da mal gucken ah hier war bloß eine Kiste okay äh ja das habe ich toll hingebekommen passt auf dass wir uns den Tal hier nicht zurückerobern schießt die alle tot sobald ihr sie seht dieses Häuschen braucht Feuerholz so dringend wie Ethanol also haltet ihr von fern je länger sie auf dem trockenen sitzen desto besser für uns gut da ist noch eine Leiche zu blündern dann gehen wir weiter ich habe was hast du da oben das Ding geholt den Titan den Safe oben in der Hütte ja da auf dem Hügel wo du gerade kamst nein auf der anderen Seite der anderen Seite da wo du vorhin standest ganz oben bei den Betten hast du das hier gesehen auf dem ich habe so ein Gefühl dass das alles noch innen drin schlimmer wird nicht obendrin sondern innen drin das ist echt hochwertiges so hier lag ein Komponenten ich weiß nicht was das habe ich ja egal dass das okay nicht töten nicht töten ich brauche die ja ist einer mit vertreten aber da ist er noch danke scheiße warum ist denn hier Einzelfeuer drin Moment Moment Einzelfeuer wo waren der jetzt da war noch gerade noch der Rentner vorne ah ja ja oh ja da geht ihn davor oder so ja ja deshalb wäre ganz gut wenn du den dann schnell weg machst easy noch zwei stück dann habe ich es mit der Waffe oh er macht das ganze Grundwasser kaputt hier jetzt steht hier so dann holen wir uns mal kurz die Zahnräder hier oh da ist ein den hole ich mir Arschgeier da kommt ein Auto an jetzt rennt er das Auto hat den hochgescheucht was soll's oh ne das wieder da ne jetzt wieder weg der ich habe den gerade durch den Nebel immer noch sehen gesehen na egal was soll's Zahnräder was ich glaube das wird es nicht extra hin die kommen so oft oh super musste nachladen scheiße 10 was Stufe 3 fuck was soll denn das hier aua ist klar hier unten bei mir hier oben ist vor einer Stufe 2 ja ja das ist schön aber der Stufe 3 macht mich hier gerade fertig scheiße ey wo kommt der denn her ach Gott ich geh mal wieder Loki retten ja weil ich jetzt mit kleinen Waffen die Leute für dich anschießen muss musst du nicht ich krieg dir mit dem Maschinengewehr alle hin ok dann schieß du selbst sie kann ich ein bisschen übrigens der ersten male hast du mich ja abgeschossen nur der Stufe 3 hier der es halt hat vorher waren die alle Stufe 2 und sowas ja ja schieß ruhig den Baum kaputt den krieg ich keine Sorge den krieg ich ich werde schon wieder abgeschossen ich töte den jetzt hab ihn nach oben der ja der unten der 3er war mir aber wichtiger deshalb ist Stufe 2 so ja aber den kann man zuerst schießen der hat eine Schrotfeld der hat mich jetzt schon zweimal komplett runter geschossen der ist mir die ganze Zeit hinterher gerannt der gehört auch mir ich hab gar nicht gesehen wo der war geh weg geh weg oh schon wieder Stufe 3 warum sind die alle Stufe 3 Moment ich hab ja noch Nahkampfwaffe die ich ja auch machen muss so äh meine Nahkampfwaffe der Bär hat's geregelt der Bär hat's geregelt einfach nur gut der Bär macht das so holen wir uns die Sachen hier sind wir schon hier? ja genau hier Zahnräder super ich hab vergessen die Nahkampfwaffe auch mitzunehmen ich mach sie mehr extra nehm sie nicht mit jetzt kann ich aber das kleine ah hier einmal da kann ich auch dieses kleine Maschinengewehr hier rausnehmen Level 1 was den Raketenwerfer dafür mitnehmen hier unten liegt ein Zettel und Zettel ach da mal rein der Zettel ist aber gut versteckt hier überlebende Notiz ich hätte meine Finger längst abschneiden müssen aber ich hab mich mies am Holz aufgeschürft als ich mein Zeug wegverrammen wollte und jetzt ist meine Hand komplett von angeschwollen vielleicht finde ich ja wer der sich für mich abhackt aber alle rennen immer weg weil die Hand so stinkt was soll ich nur tun oh Gott oh ah es tut mir ein bisschen leid aber sich selbst die Hand abhacken ich weiß nicht ob ich das könnte wie bei Saw ne selbst absägen ja so haben wir hier alles dann gehen wir kurz zurück zum Stützpunkt muss die Waffen waren hier nur zwei Zahnräder drei drei aber ich hab noch zwei drei waren in der Hütte eine war doch hier vorne gelegen also hier drin waren zwei oder? drin waren ja und dann werde ich es haben so ziemlich blöde Nahkampfwaffe auch wieder mit hier Mausen vergesse drückst du Stress? hey kommt mal her ich seh ihn da unten so das hat Spaß gemacht oh bin ich froh wenn die Level 1 Waffen weg sind oh Vorratslieferung oh au au woher? aah ich seh den nicht achta so eine Arschpratze hier alter dich nicht hast du jetzt? ja ich hab warum? weil hier Feuer ist und das ist kein Grund weil hier Feuer ist aah so brauche ich doch ewig sieht sie aus ja ich muss noch sieben Stück töten oh so Vorratskiste habe ich nicht eingesammelt oh bitte lass es Jonas ganze Herde so kannst du die Waffe tauschen MP kann weg kann ich eine neue MP nehmen? Nahkampfwaffe vergesse ich die Nahkampfwaffe wie geht denn das hier? nein ich will die ich hab doch ich hab die nicht hergestellt Nahkampfwaffe ich glaub wohl nicht Nahkampfwaffe Level 3 ne gut so dann brauche ich Maschinengewehr Stufe 2 die sind ja alle hässlich nämlich noch mal die ich hab gern die Club Waffe kann ich die mal kurz hier freischalten äh ich hab ja kurz die Waffe freigeschneiden die Repeater da so du meinst die die du jetzt hast da? die ACP oder was? ja die da die stand dran für den Club oder so hat 40 Ubi Münzener gekostet ich hab genug davon ach ja so genau das ist glaube ich auch die die es damals geschenkt gab im Stream-Balkon ja so noch sieben Stück wir müssen markiert okay dann da lang wieder paar Vorräte und danach kommt noch ein Trap auf dem Steck hihihi 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 kriegt zwar nicht so viel Schaden an die Waffe aber wir schießen schießen die schnell waaah ein Froschirr ffoschirr ffoschirr oh ich werde mir nochmal wieder herstellen ne kann ich mir mehr Überlebnis Pakete herstellen? Worteile, Moment Ich hab ja wieder 14 Punkte Ja, ich kann jetzt sieben tragen Ich kann glaube weniger tragen Biete Platz für mehr Markkampfwaffen Moment Hm, naja, am nächsten Obwohl ich könnte eigentlich, naja, kommt das sonst Weil ich später Damit wollte ich arbeiten War ich's markiert? Da oben, oh Gott, mir ein bisschen über die Brücke, so wie es aussieht Das war eigentlich nicht, wir können eigentlich direkt hier drüber Bevor wir über die Brücke müssen Ja Ich bin jetzt nicht sicher, ist das eventuell die Brücke Über die man musste, als man damals den einen Hier sind schon Sachen, wir sind hier Hier gibt's schon irgendwas Da, in der Hütte Ich hatte gerade die Einblendung Die Brücke, wo man wohl drüber musste Nachdem man da einen Bunker befreit hatte Einen von den Entgängern zwischen Bossen Ah, ja, ja, wo man dann mit dem Mörser rumschießen musste, weil die da ankamen Ja, genau, genau Ja, ich erinnere mich nicht gerne daran Aua, ja, so geht's auch Einfach mal, Bums Voll aufm Arschland Das ist, äh, Morker-Style Oh, hier ist eine Feder Drei Stück Drei Stück sind hier drin, ja Wo ist denn die dritte? Eine war direkt hier vorne Eine war Hier, in dem Räumchen, meine ich Oder auf dem Bett irgendwo Hier Hier im Bereich Der, die eine ist Boah, wo war sie jetzt? Äh, sehr schwer zu sehen Also eine direkt vorne am Eingang, richtig? Ja, die hab ich Dann müsste ich hier Oder neben dem Fernseher Neben der Gitarre da Oder irgendwo Irgendwo hat hier eine gelegen Der Bett Ich weiß es nicht mehr Ach, hier Auf dem Herd Das war die Allererste, ja Ich glaub, die Allererste Hab ich hier eingesammelt Neben dem Fernseher Deswegen Ah, ja, 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 genau Deshalb, da meine ich doch Da war doch Kein Zettel hier, nicht? Okay, schade Aber Ein Plakat Hinter dir Zum Glück gibt's den hier nicht mehr, hey Bis jetzt gibt's den hier noch nicht, wer weiß So Dort hoch Hier kommt irgendwas runter, ne? Nicht durch, wenn Prosperity so ungeschützt wird Hier rechts rum Da kommt man eigentlich ganz gut hoch Jedes Mal Ich denke mal, ich muss bestätigen, dass ich die Waffe bilde Dann baller ich halt immer Um Scharfschützen wäre es ja nicht ganz so schlimm Mit dem Schalldämper drauf Aber mit der fetten Pistole oder so Da wundern sich immer gleich alle Was der verrückte Vogel jetzt schon wieder macht hier So drei gibt es hier von diesen gelben Hier drin ist eine Direkt neben dem Kamin Hier ist richtig schön Also Zwar vielleicht ein bisschen zügig, weil keine Türen und so Aber sonst schön eingerichtet Aber eigentlich, wenn du so Geiles Wetter das ganze Jahr über hast Und so Ja dann, okay Aber nachts Ich will ja nicht, dass nachts halt noch mal so ein Tier hier reinläuft Hier stehen zwei Dinger Ja das wäre ein bisschen doof Aber so an sich ist das ganz nett Ja Auch mit dem Hühnchen hier Hühnchen Du bist knallhart Das ist keine Ente Enten muss man umbringen Ja ich kann dir ungefähr sagen Wo Enten sind Glaube ich Ich befürchte wir werden heute eh nicht fertig Ich sehe das auch Wir sind also noch ein bisschen hier Guck mal da drüben ist der arme Farmer Erklär mir jetzt mal warum sein Hühnchen tot ist So da vorne ist ein Trapper versteckt Und dann latschen wir auch gleich zum nächsten Schlitzpunkt weiter Und dann kommen wir endlich zu Hühnchen Oh MP3 Müssen wir nachher abbiegen Vielleicht kriegen wir ja Bei den nächsten Außenposten endlich wieder mal Oh Belohnung Hier gibt es hier noch eine Maske Vielleicht Mein Hubschrauber Wäre auch nicht schlecht Dass wir uns ein bisschen schneller Fortbewegen können Ja Obwohl dann komme ich aber Zu meiner Killserie Die ich noch brauche Also alles seine Vorhinein Wo bist du schon wieder Richtig Ich bin schon weitergelaufen Ja ich habe es gemerkt Wir kommen Schwabo Schwabo Schabo Schabo Ja Wenn man ein bisschen was falsch ausspricht Dann klingt das gleich ganz anders Hoppala Hier sind direkt ein paar Leute Die du umlegen kannst Ich mag Leute Die ich umlegen kann Den da zuerst Aua Warum rennt denn die weg Der Säcke Okay Ich lade das schon nach Ich lade das schon nach Zivilist Moment Ah gut Oh Der war genauso gut behoffnet Wie ich Kommt da jetzt der Dinger wieder Da kommt wieder Ja kann sein Muss mal gucken Ob noch einer irgendwo Na kommt Beziehungsweise eine Pistole Irgendwo liegen lassen hat So wie sieht es aus Noch fünf Stück Dann habe ich es mit dem MG Na hier Gehen wir mal hier rum Da kommt wieder einer Oh Stufe 3 Ich gehe mal ein bisschen Deckung Ah genau Gehen wir doch auch ein bisschen In Deckung Weil der kommt auf sich zu Der unten an der Straße Den kannst du dir schnappen Oben der ist eine Stufe 2 Ah perfekt Ich habe nicht mehr so viel Munition Sehe ich gerade Holt ihr den Oh ich Lieg gleich schon wieder Der liegt vor dir Ich habe da noch 50 Schuss Braucht man den nächsten Händler Oder Munition Vielleicht gibt es auch Beim Körner versteckt was Wenn du die Herausforderung machst Und wenn du halt die Die hohen Level da Wegbeiner musst Da geht wirklich Munition Einiges drauf Oh das sind auch Leute Ja gerade wenn du mit Niedrigeren Waffen Die größeren Gehen holst Der ist schon eingeschossen Wow Schießt der hinter uns Ja Der ist hier vorne Hinter der Kirche Ja Ah ok Danke So Jetzt müssten es nur noch Zwei sein Einer Nur noch einer Dafür habe ich noch 30 Schuss Oder so Ach das ist Dieses Versteck So ich lese mal Was zum Lesen gibt Hi wie meine Notiz Ehrlich ist mir komplett egal Wie viel Vieffras Den Schlüssel gestohlen hat Ich scheiß drauf Wie viele von euch Bisher die Verfolgung Zerfleischt wurden Wenn der Kirche Niest Nistet Und dann geht rein Und setzt das Nest Im Brand Und ruht Durch den beschissenen Schlüssel aus der Asche Ich muss diesen schuppen Und zwar gestern Wir kommen Heliosi Helios Hallo Helios Helios Siehst du die Waffe Hier vor mir In der Luft Ich sehe keine Waffe Ich sehe keine Waffe Schau in den Stream Oh ja Hier oben Guck mal Hier lagen Federn Hier Ah ja Oh da kommt noch was Kommt zu me So Dann guck mal Gib Bescheid Wenn du was gefunden hast Wenn man reinkommt Ah hier oben noch nicht Ah hier Ja ich hab was Okay ich komm Oh da hinten Nimmt doch mal was Augen gezeigt Hier nach Ach hier kommst du gar nicht hoch Ich wollte abkürzen Das ging nicht Wie kam es denn du da Hoch Ich muss mal gucken Wie man genau hochkommt Ich hab ja den tollen Sprung Und Ja das Das merke ich auch grad Ach hier Es geht hier innen rein Du bist gleich beim Ausgang jetzt gelandet Ne Hier ist der Frech Und so war es Der Viehfrasse ist hier drin Ja Hier gibt's auch Federn also Viehfrasse ist tot Na gut Ja zwei Federn habe ich hier drin schon gefunden Eine liegt hier neben dem Viehfrasse Weil du da auch herkommst wo ich herkomme Da lang ist oben im Bett Da liegt doch mal eine Feder Okay Warst du jetzt schon oben? Nein noch nicht Ich bin auch nicht als Viehfrasse hier irgendwo Hä? Da oben wo ich eben gesessen habe Da oder wo ich reingegangen bin Auf dem Dach Da war auch noch eine Feder Okay Hier geht's weiter Warum ich Hier muss man Warte mal Na warum Warum hab ich jetzt das Messer geworfen Ich hab doch Mordi ist gerade eben aus Ach Mordi Weg Geh mal weg Weg Oh ja Der Viehfras brennt auch Oh Oh So wo kamst denn du es überhaupt her Ich weiß ihn gar nicht Boah Wo kamst du denn Ich weiß es nicht mehr Ja genau Ich glaube ich nehme es Okay Na dann So Jetzt habe ich den Schlüssel Das muss ich mir vorrat haben Das einzige ist da oben Ich mag die eine Feder Ja Ja die wollte ich ja Ich weiß jetzt nicht wie du da Ja Da müssen wir von innen nochmal durch Feuer eventuell aufgehört hat Da bin ich nicht mehr Das aufhört Oh Ist offen beim schuppen hier wo ich bin ja 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 ich finde das feuer sitzt aus nächstes war immer noch ich bringe recht noch mal hoch und guck noch mal wo es den weg da gibt ja ja